Hallo und zurück zu unserer angeschlagenen Truppe. Und Garantula, wie geht es dir? Gar nicht gut, aber das interessiert dich doch eh nicht. Ich, die ich im Wald lebe und was schert ich, was schert ich, meine Eins? Nun, wir sind jetzt schon einige Tage unterwegs zusammen und um ehrlich zu sein, die Magie, die du wirken kannst, besonders deine Heilmagie, die ist nicht ohne. Und das ein oder andere Mal hast du einen Zauber gewirkt, zum Beispiel einen Blitz, die findet, den ich ein paar Mal, nun ja, ich sag's frei heraus, ich hab den verhunzt. So sagt man das doch, oder? Ja, stimmt wohl. Mir geht es gar nicht gut. Sarah, wir müssen in eine Taverne. Und dann gehen wir morgen nochmal zum Heiler. Vielleicht kann er nochmal etwas für sie tun. Ja, wäre eine Idee. Keine Ahnung. Übles Ding. Ich sag ciao, ciao. Äh, ciao, ciao. Ich sag hallo. Da draußen an dem Bildschirm. Ich bin total gemerkt, ne? Das ist schon was, was mich auch berührt. Ja, ich glaub, das ist eine Herberge. Ja. Apropos nie. Ja, doch, wir gehen das in die Herberge. Schleppen hier Garantula jetzt. Es nützt ja nix, ne? Wir gehen ja nicht, äh, jetzt frank und frei einkaufen, wenn Garantula hier... Wir werden auf alle Fälle mal eine Suite mieten. Und... Die ist löck. Ne, ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaub, wir waren nochmal... Krankheit, ne? Ja. Wir probieren's nochmal. Aber ich glaub, es funktioniert nicht. Das ist das Doofe. Was hab ich denn jetzt gemacht? Nochmal. Entschuldigung. Also... Also... Wer soll... Lesulak? Afghantula. Ja, ist klar. Ja, dann. Ach, weißt du, was du aber trotzdem machen könntest. Meine gute Morgana. Ähm... Wie geht denn das nochmal? Mach mal... Mach mal... Ne... Ne, 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 ne... Zaubers... Muss es dann bei ihr drin sein? Wenn ich ein Odem Orkanum wähle? Uh, das ist schwierig zu sagen. Oder muss ich... Machst du es auf alle Waffen, die es hier gibt? Zum Beispiel, was weiß ich? Wir können hier mal die Waffen... Ich... Oh Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was ich hier neu hab und was... Puh. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier nehm und Zaubersprecher... Morgana... Boah, wo... Boah... Boah, ich weiß ja nicht, wo der liegt. Da müssen wir erst nochmal die Zauber anschauen. Hässig vielleicht? Hier. Ach doch. Tatsächlich. Oh Gott. Also, das, was bei ihr drin ist. Soweit ich das sehe. Ne? Oder? Ja. Okay. Du hast jetzt nichts gemacht. Oh Mann. Jetzt muss ich ihr also... Oh, ich... Ich... Mach mal... Ich nehm mal die ganzen Ork-Nasen und hause ihr rein. Ah, je, je. Okay. Nochmal. Also, Zauber. Sprechen. Ja, die sind ja alle maßlos überladen. So, Hellsicht. Odem Arcanum. Mist. Zauber. Morgana. Hellsicht. Ähm... Auf die Ordnase. Nicht magisch. Wissen wir auch das? Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Pass auf. Dann tausche ich die jetzt bei Gatwin mit der oberen hier. Merkt's euch. Okay. Okay, wir warten erst mal. Bis wir Garantula wieder auf... Ja, es ist trotzdem blöd, weil jetzt haben wir gerade ein bisschen Zauber und jetzt regeneriert sie sich. Wisst ihr? Was hast du denn so noch im Gepäck? Nicht die Welt. Nicht die Welt. Und du kannst nicht zufällig noch eine Ordnase... Nee, ne. Obwohl, ob wir dann wissen, welche Ordnase das war? Steht auch in den Sternen. Ne. War auch klar. Ja, halt schön, wenn er jetzt das austauschen würde, ne. Die eine Ordnase mit der anderen. Was macht der halt nicht? Ach doch. So, probieren wir's nochmal. Oha. Oha. Tatsächlich. Schau mal rein. Ja, super. Magisch. Was heißt das? So, jetzt müssen wir aufpassen, ne. Wenn die jetzt magisch ist, dann... Tauschen wir die mal aus. Oh Gott. Die tauschen wir jetzt mal aus. Mit dem hier. Ah. Oder ne. Die kommen von dem Zwerg. Musst ja wahrscheinlich genau drüber. Ne. Oder man muss... Oder... Oder so rum vielleicht. Halt. Ich bin drüber. Sag, wenn wir sie jetzt so machen, trägst man sie aus. So, mein Zwerg. Ich will ja trotzdem nochmal schauen. Tatsächlich. Die ist tatsächlich magisch. Und was habt ihr noch gesagt? Tara, du hast gesagt, ein Bastardschwert. Ich habe tatsächlich noch ein Bastardschwert. Hm. Wir könnten uns überlegen, dass Gatwin dann doch auf Schwerter umschwenkt. Du hast eins. Oh, ein extra 6, ne. Ist das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht? Wir haben halt keinen, der Schwerter kann. Wir könnten es ihm... Aber ihr wisst ja immer, wie es ist. Wir könnten es ihm lassen. Wenn es denn das Bastardschwert ist, wenn es denn das Bastardschwert ist, das magisch behandelt ist. Weißt du? Das ist ja immer wieder das andere. So gut. Garantula, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was wir noch machen könnten. Du meditierst, wenn es noch geht, Morgana? Haben wir eigentlich noch... Die Rapiere sind aber nicht zufällig, noch magisch. Denkt ihr? Denkt ihr, die Rapiere sind ja noch magisch? Wäre natürlich doof, ne? Wenn eins der Rapiere noch magisch wäre, brauchen wir dann ein paar Pfeile für ihn. So. Die trinken erst mal einen. Weil sie heute nicht in die... Wisst ihr, wie es ist? Zack. Wer hat denn eigentlich noch? Wir haben noch zwei, oder? Ohne Prozente. Wer hat den zweiten? Wo ist's? Wir haben nur eine Schnapsflasche genommen? Weil die anderen nicht ging, oder? Sehe ich sie noch nicht, oder? Okay. Dann nicht. Dann nicht. Gut, ja dann. Ich glaube, wir haben alles gemacht, was zu machen ist. Du könntest noch eine Tannele nehmen. Mein Freund. Und dann schlafen wir. Ach ne, wir essen erst mal, was? Mal schauen. Vielleicht... Vielleicht... Aber... Ich kann kein... Kein bisschen herunter... Komm. Ich... Ich geh erst mal auf mein Zimmer. Warte, ich komm mal mit. Wo? Morgana, ne? Hätte ich gar nicht von ihr gedacht. Dass er jetzt plötzlich so... Dass er doch... sehr besorgt, ne? Hm. Verrückt. Sehr schön. Sehr schön. Aha. Das ist super. Fünf ist gut. Fühlt sich... Schlechter als Bisse. Oh, Mann. Mir geht es... Immer schlechter. Ja, wir gehen noch mal... Wir gehen noch mal zu dem Heiler. Sonst müssen wir zum nächsten. Dann gehen wir nach... Warmeck oder wie das Ding heißt. Wollen wir überhaupt noch mal hier hin? Ich geh noch mal zu dem Heiler. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein Quacksalber ist. Der nix kann. Ach, ne, halt. Eins drüber. Irgendwie habe ich gar kein gutes Gefühl bei dem Heiler hier. Schauen wir mal, ob er noch mal... ob er noch mal einen Angriff wagt. Na los. Ne. Das ist der größte Quacksalber, den es gibt. Was haben wir gesagt? Warte mal, ich habe doch mir was aufgeschaut. Aber das ist wahrscheinlich ewig weg, wo es gute Heiler gibt. Ähm... Heiler in Willenheim. Naja, das hat nix zu sehen. Würde ich beinahe behaupten. Das kann auch sein, dass ich dir einfach nur geschrieben habe, dass es dort einen Heiler gibt. Ne, hier in Angolpurtital, da gibt es einen sehr guten Heiler. Habe ich mal aufgeschrieben. Angolpurtital. Garantula. Was machen wir denn mit dir? Erstmal bekommst du ein Wirselkraut. Garantula, wir müssen jetzt trotzdem... Es nützt nix, auch wenn du krank bist. Warte mal, wir schauen mal kurz rein, wie es hier geht. Alter. Quillt immer noch hervor. Eieieiei. Wir müssen trotzdem... Es nützt nix. Wir gehen erstmal zu unserem Freund oder unserer Freundin. Da können wir hier auch noch rein. Und verkaufen das Zeugs. Das nützt nix. Wir haben gesagt, das Zundekästchen können wir verkaufen. Habt ihr mir gesagt? Weil der Stab von Morgana alles gut macht. So, du hast... Nix. Ach so! Ihr habt gesagt, Silberamoled, das sollte man vielleicht auch mal in den Arcanum Odem unterziehen. Wir sollten eigentlich alles, was wir finden in dem Arcanum Odem unterziehen, wenn es soweit ist. Auch Goldschmuck? Ich mach's jetzt nicht, aber wir werden es das nächste Mal tatsächlich machen. Ich werde das nächste Mal, wenn ich was finde, alles in dem Arcanum Odem unterziehen an Gegenständen. Ich mach's jetzt nicht und werde mich ärgern, werde mich schwarz ärgern. Könnte natürlich sein, dass da irgendein Schmuck, den wir gefunden haben, verzaubert ist, ne? Aber das ist halt blöd, dass man nicht weiß, was drauf ist. Wisst ihr? Okay. Oder vielleicht muss man da noch... Was muss ich denn da wirken? Vielleicht muss ich da irgendwas anderes wirken? Schätzen? Oder keine Ahnung. Gibt's da sowas? Ich glaub, das ist auch ein bisschen besser bei Sternenschweif gelöst, bin mir da auch nicht sicher. Ich hab das zu lange her, wie gesagt. Probier mal 10. Probier mal nochmal 5. Schön. Nee, warte jetzt mal. Oh. Was ist jetzt los? Let's get's. Ach so, ja. Hier oben, ne? So, mein Freund. Ich hab wieder was zu verkaufen, weil wir sind maßlos überladen. Das muss ein Ende haben. Um ehrlich zu sein, wir kaufen jetzt für Sarah noch die Armschütze. Oder? Aber die ist eh immer maßlos überladen, ne? Lassen wir es erst mal. Die sind auch wieder wahnsinnig schwer. Alles ist so schwer. Wede Zeugs, ja. Also, das andere natürlich noch mehr. Ähm. Verkaufen wir trotzdem mal ne Orgnase. Oder zwei. Aha, wartet mal. Aber nicht die hier. Die ist ja ausgerüstet. Nee, halt, wir haben sie ja krumm gegeben. Ja, zwei weiß ich jetzt nicht. Ich mein, die kann genauso zu brechen, haben wir gesagt, ne? Nee, lass mal eine da. Lassen wir tatsächlich eine wieder da. Ist in Ordnung. Hier, das brauchen wir erst mal nicht mehr. ja, du schleppst dem seinen Hammer. Finde ich nett. Rapier. Wie viel hast du? Du hast eins. Okay. Und du hast eins. ne, zwei. Das ist zwei von den Dingern. Ja. 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 Dann verkaufst du deins. Okay. So, dann. Hm. Oder wollen wir doch noch eins? Nee, wir lassen es. Gut, hast du, du hast nichts mehr, haben wir gesagt. Okay. Für dich brauchen wir noch ein paar Pfeile, haben wir gesagt. Du hast, ach, du hast auch noch eine Orgnase. Das ist jetzt aber die falsche, ne? Ich sag's euch. Wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt die Orgnase verkaufe, die, dann, wenn ich jetzt die magische Orgnase verkaufe, dann ist was los. Merkt man das eigentlich am Preis? Die ist 45. Die auch. Schaut mal hin. Die magische kostet genauso viel. Das ist schon traurig, oder? Das ist, finde ich, ein bisschen traurig. Obwohl die ja super magisch ist. Oder, oder wissen wir noch gar nicht, was die kann? Nee, ne? So, wir können falschen. Sarah, gib dein Bestes. Ich sag, auf unsere Firunia ist einfach noch Verlass. Garantulas Wurfpfeile hat Masera an sich genommen. Okay. Es wäre halt schön, wenn ihr wieder aufsteigen würdet. Das wäre super. Eigentlich müsstest du aber, wenn wir schauen, ob wir was austauschen können mit Sarah. war zum Beispiel den Schlüssel. Geht das? Verwahr mal bitte den Schlüssel sicher. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Sarah das noch nehmen kann. haben wir wieder Glück gehabt. Okay. So, du hast dein Schild, du auch. Ah, ich habe es vergessen. Ich habe gesagt, ich wollte Pfeile kaufen. Man sagt es und schon ist es weg. Garantula geht es halt wahnsinnig schlecht. Um nicht zu sagen, äußerst schlecht. Kaufen wir, was weiß ich, 17. Da werden wir gar nicht falschen drum. Großartig. Probier uns einmal. Ja, ist in Ordnung. Damit du auch mal deinen Reibach mit uns machst. Wer hat es bekommen? Du. Ach, das waren sogar 18, hätte ich. Ich wusste nicht mehr genau. So. Dann gehen wir mal auf Reisen. und ja, wir müssen, wir müssen unbedingt, müssen wir einen Heiler finden. unsere Freundin. geht es nicht gut. Ne, halt, Vergiss das tatsächlich jedes Mal. Achso, Quatsch mit Soße. Ei, 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 ei. Dann musst du es mit. Komm, komme ich hier auch runter? Nein. Keine Chance. Dann zurück. Ja, schade. Wirklich schade. Dann kann Garantula noch nicht mal Pflanzen sammeln. Das ist die Hafenmeisterei. Ach, du kannst hier tatsächlich auch mit dem Bote. Können wir ja nach Torwahl. Wie kostet denn so eine Passage, mein Freund? Hallo Reisende. Grüßt uns ein Mann. Offensichtlich der Hafenmeister freundlich. Als wir seine Hütte betreten. Es sieht aus, als bräuchte dir Rat. Wo kann ich euch geben? Kostet allerdings eine Kleinigkeit. Von einem Silberling. Aha. Was gibt's denn hier für Ruden? Von diesem Hafen aus von mehr oder minder regelmäßigen Abständen schiffen nach Wermack, Jastal, Autarier und nach Torwahl. Meint der Hafenmeister freundlich und sieht lange an seiner langstieligen Pfeife. Können wir ja nach Torwahl. Da gibt's bestimmt mehrere Heiler. Da können wir auch vielleicht noch ein bisschen von unserem Vermögen, dass wir jetzt wahrscheinlich, das jetzt sehr schrumpfen wird, durch die Heilerei und das ganze Zeugs. Können wir dort noch ein bisschen vielleicht was einlagern. Was sind denn die unterschiedlichen Dinge hier an Bord? Und was ist das hier? Nach Liastal wollen wir ja nicht. Wir fragen mal nach ankommenden Schiffen. Die nächsten zwei Tage will wohl kein Schiff kommen. Das ist ja blöd. Und was ist das hier? Ich habe auf keinem Schiff etwas verloren. Ne, Liastal ist blöd. Traurigerweise. Ja, dann gehen wir unten entlang. Das ist tatsächlich blöd. Dann müssen wir uns doch wieder durch die Wildnis kämpfen. Und es wird ein langer Marsch. Garantula. Boah. Ich nehme dich auf die Schultern. Äh, Gatwin? Ja, ja. Ich mache das schon. Wie sind dir meine Schultern nicht breit genug? Doch, doch, doch. Doch, doch. Aber ihr könntet euch ja abwechseln. Vielleicht. Hoi, 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 hoi. Wer ist denn eigentlich? Ich glaube, Lysolak war noch auch ganz gut im Pflanzenkunde, richtig? Ja. Tatsächlich. So, dann. Ja, auf der anderen Seite. Ja, doch. Ne, ist das schön. Du nimmst natürlich wieder eine Tannele. Und... Hm. Kräuterkündlich. Noch mal fünf Stunden. Wesselkraut wäre mir lieber gewesen, Lysolak. Ich traue mich gerade wundenheilerisch nicht an Morgana ran. Um ehrlich zu sein. Dann teilen wir mal die Wachen ein. Gatwin. Krom. Sarah. Und dann. Und dann. Und dann. Wer hat da wieder nicht aufgepasst? Du bewegst dich fort. Ach. Ach. Oh, wat? Ne, warte mal. Oh, das ist ein... Das ist ein... Sag mal, haben wir vielleicht ein bisschen Pech hier? Haben wir vielleicht ein bisschen Pech? Du könntest tatsächlich mit einem Blitz, die ich finde, aushelfen. Aber du darfst nicht mit in den Kampf freuen. Ah, sehr schön. Unser wichtigster Mann ist da. Dann wird alles gut. Solange Krom hier ist, wird alles gut, sehe ich euch. Das ist schon. Schon eine Gewalt. Wir wollen aber erst mal den hier. Gatwin ist auf. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Die müssen sich erst mal um... Ich gehe mal hier unten entlang. Die müssen sich jetzt erst mal um Kromrom gruppieren. Bleib mal hier. Ich habe ein bisschen Angst. Du gehst mal eins noch weg. Greifst ein. Der geht schon. Finde ich gut. Kannst du von hier hinten einen Blitz, dich find? Geht das? Schön. Könnten wir uns vielleicht sogar schon... Nee, ich wollte sichern. Ach so, du hast nur einen. Bewege dich mal hierher. Ich weiß, zwei... Oh! Huh! Jetzt habe ich ein bisschen Schreck bekommen. Bewege du dich mal... Hierher? Du sicherst? Du... Greifst mal an. Ja, du... Du bist natürlich jetzt total blöd hier. Aber es macht dir nichts. Sieh jetzt nochmal... Dann machst du nochmal einen Blitz, dich find. Gut. Arme Garantula. Arme, arme Garantula. So, bewegt dich. Ich glaube sogar ein, zwei... Ich bin mir nicht sicher. Im Grunde wird es wahrscheinlich egal sein. Sehr schön. Ob ich Gatwin angreifen lasse? Naja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Um ehrlich zu sein. So, es wäre schön, wenn du immer... Ja. Wenn du immer treffen würdest. Hauptsache kein Computer-Kampf. Das hat uns ja das Ganze eingebrockt, ne? Das muss man ja dazu sagen. Es war ja eindeutig der Computer-Kampf. Da brauchen wir uns... Aus dem Hinterhalt heraus ist ja kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben. Aus dem Hinterhalt. Kommt plötzlich so ein Org an. Hat mir das schon mal nicht. Schön. So kannst du weiterfeuern. Oh. 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 Krumm. Magische Axt. Magische Ordnase. Zugeschlagen. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht übel. Und beeindruckt. Oh. Jetzt bin ich... Ich sag nichts. Ich bin beeindruckt. Ja, ja. Jetzt geht er wieder. Seht ihr? Ei, 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 ei. Weiß nicht. Sparen wir ein bisschen Pfeile. Und haben wir den anderen so richtig aggressiv drauf. Ei, ei, ei. Denk mir... Denk mir... Mir nützt dir nichts. Dann können die... Dann können die doch auch nicht rasten, oder? Dann ist doch das Rasten auch für die Katz gewesen. Und der geht dir auch. Geh ihm nach. Ja, die Dolche kannst du behalten. Oh. Oh. Hm. Ja, ist halt wie es ist, ne? Nee. Ach doch, ja. Dann werden wir hier erstmal eine kleine Rast machen. Obwohl... Obwohl, nee. Nee. Das hat wenig Sinn. Wir können hier was essen. Das ist alles. Erlesenes Menü sogar. Hier ist ganz schön was los auf den Straßen plötzlich. Oder? Koblenz. Das sind Koblenz, ne? Koblenz und... Ach so, da kommen wir wieder nicht hin. Ja, dann... Ja, das war Quetsch. Ja, doch. Nochmal gut gegangen. Ja, beweg dich hier mal weg. Koblenz, Orks, Ogre. Oh, das sieht gut aus. Muss natürlich zu Garantula, ne? Ist logisch. Ich komme nicht dran. Könntest du ein Rapier in die Hand nehmen. Kommen wir hier rein? Ja. Ich komme hier rein. Ist schön. So, Goblin. Hast du dich hinein manövriert? Hättet ihr nur mal... Ihr habt gerochen, ne? Boah, schau mal hin. Trotzdem. Ihr habt gerochen, dass hier eine Kranke ist. Ich hab gedacht, äh... Die Truppe, die überfallen mir. Die haben keine Chance gegen uns. Aber... Ihr habt keine Ahnung, was ein Zwerg und Torwaller kann. Ihr habt noch nicht mal die geringste Idee. Da müssen wir trotzdem erstmal bevor wir... Oder ne, zum Heiler kommen wir, glaube ich, immer. Wenn hier überhaupt ein Heiler ist. Das war ein... Total kleiner... Ein kleines Kaff. Doch, da unten ist ein Heiler. Der wird... Der wird ja wahrscheinlich nichts kann, ne? Ja, wahrscheinlich. Der kann bestimmt wieder nichts. Aber wir probieren es. Ja. Ganz schön unverschämt, um diese Zeit einen alten Mann zu stören. Ach, Sendu. Wir haben hier eine Schwerkranke. Das ist nicht unverschämt. Das ist eine Notsituation. Ja, oh, der ist teuer. Der ist teurer. Bin gespannt, ob er deswegen auch besser ist. Neun Dukaten. Oh Gott. Was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen, ne? Oh, die erinnern sich noch an uns. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Die erinnern sich tatsächlich noch an uns. Halt. Eins weiter unten. So, wir hätten nochmal eine Luxussuite zum Tempel. Eine Nacht, bitte. Probieren es nochmal. Ob Lesulack was reißen kann. Schade. Dann, wartet mal, wer hat es denn? Ich glaube, ich habe es Ich habe es Gatwin gegeben. Ja. Ich gebe es mal Garantula Ränder. Ach so, du kannst wahrscheinlich gar nichts mehr nehmen, ne? Alles klar. Dann muss ich dich kurz mal füttern. Oder natürlich, wir geben dir gleich wieder ein Wesselkraut. Oh, das war gut. Ne, dann alles gut. Damit wir dich ein bisschen über den Tag bringen. Ist noch die gleiche. Also, es hat sich nicht verschlimmert. Oder, ja, vielleicht hat es sich verschlimmert, aber es ist noch noch ein bisschen das Gleiche. Äh, wartet mal nochmal. Ja gut, im Grunde ist egal, ne? Brauchen wir wir könnten was essen, ne? Wir machen. Eine gute Hausmannskost. Können wir hier noch was machen? Taneelen wird er reinhauen. Okay. Es könnte eigentlich auch mal Krom probier's mal. Trotzdem. Krom, mein Guter. Aber wer weiß, ne? wer weiß, eigentlich war es Serra, ne? Serra war schuld dran. Mit ihren dreckigen Händen. Jetzt hat er das verbunden. Ja, Krom, ne? mit seinen sauberen filigranen Fingern. Der kann das verbinden. Als alter Veteran von vielen Schlachten, die er schon geschlagen hat. Da, 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 da merkt man halt alles gut. Serra ist wieder in Ordnung. Oh, Gatwin hat richtig gut zugelegt. Auch Leselack. Jo, ist in Ordnung. Sieben ist in Ordnung. Astralpunkt, ja, nur vier. Okay. Wie geht's unsere Garantula? Ach, wieder schlecht als besser. Na gut. Dann werden wir noch eine Station weiter reißen. Ich glaube, nach unten müssen wir wieder, ne? Und hoffen das Beste. Nach Torwall. Wirst du wohl einen Heiler geben, der unsere Garantula wieder Erfordermann bekommt, oder? Ja. Gib ihr noch mal. Gib ihr noch mal sowas hier. Ist in Ordnung. gib ihr immer noch eine. Vielleicht bringt es ja was. Ah, nicht viel. Gib ihr mal noch eine. Aber ich glaube, ich kann das so. Das wäre der kürzere Weg. Das war gut. So. Dann Liesolek. Es wäre schön, wenn du ein bisschen Wisselkraut mitbringst. Taneel. Oh, vierblättrige Einbeere. Warum nicht? Ist in Ordnung. Wie viel hast du eigentlich? Eigentlich. Um ehrlich zu sein, ich mache noch mal so ein Quatsch mit Soße. In der Wildnis ist es halt sehr unkonzentriert. was soll ich sagen? Gut, dann Kevin Krom. Sarah war diejenige, ne? Sarah hat schon jede... Erst hat sie mit ihren Fingern, dann hat sie in der Wache nicht aufgepasst. Ja gut, sie hat ja eigentlich aufgepasst. Sie war ja wach. Ist ja alles gut eigentlich, ne? Gut. Dann würde ich sagen, wir schlafen. Fällt jetzt nichts Dummes mehr ein. Sehr schön. Ja, ist halt wie es ist, ne? Wird nicht besser. Wird nicht besser. So, jetzt müssen wir schauen. Jetzt müssen wir schauen, wo ist hier der nächste Highlight? Wir wissen natürlich nicht. Wir nehmen gleich den Highlight, der da oben drin ist und hoffen halt das Beste. Und dann machen wir für heute Schluss, wenn es denn ginge. Wenn es wenn denn dass man Heiler wäre die Ahnung hat von seiner Heilkunst. Nord Mystico. Ne, Noro, Entschuldigung. Noro Mystico. Boah, der hört sich schon an wie ein Charlatan, oder? Oh, der kostet weniger. Hallo, wie viel der schon an dir rumgedockt hat, Garantula? Zaseidank. Noro Mystico. Er ist der Heiler der Stunde. Nun, hier noch dieses Kräuterback, lass es bitte darauf liegen und die Wunde zweimal am Tag säubern. Ach, ich fühle mich um so vieles besser. Was war das für eine Tinktur? Das ist mein Hausrezept. Einer Hexe werde ich das wahrscheinlich nicht sagen. Was haben Sie gesagt? Nichts, nichts. Das sind einige Zutaten drin, die man wirklich schwer bekommt. Und was? Berufsgeheimnis. Na, Gott sei Dank. Na, Zaseidank. Wir hätten natürlich auch zu Zapp reden können. Vielleicht hätte uns Zapp auch die Krankheit geheilt. oder eher die Peraine. Bin ich mir nicht sicher. Hätten natürlich auch machen können. Wir gehen sowieso mal in den Zattempel und spenden nochmal für die Genesung von Garantula. Wenn wir zehn Dukaten lassen und dann sage ich Ciao Ciao für heute. Schön. Puh, bin ich doch zufrieden. Ich sage, wartet halt, erst vergesst. Ich sage Ciao Ciao. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.